Moin! Zurzeit bleiben ja überdurchschnittlich viele Personen zu Hause. Wird ja auch geraten und ist auch teilweise empfehlenswert. Da dachte ich, ich mache mal ein Video mit einer Buchvorstellung. Denn wenn man zu Hause ist, kann man sich ja gut weiterbilden. Entweder durch Videos, durch Webseiten oder eben durch Bücher. Ja, ich habe meine Bücher durchforstet, habe ja verschiedenste Bücher da. Es gibt da ein Buch oder besser gesagt zwei Bücher, die ich besonders hervorheben möchte. Und das ist Sicherheit und Risiko im Fels und Eis. Da gibt es sogar drei Bände. Ich habe nur zwei Bände da. Das ist von Piet Schubert. Ich werde auch mal unten in der Beschreibung die ISBN-Nummer reinpacken und möchte eben die beiden Bücher ganz kurz erläutern. Ich bin der Meinung, dass es so, wenn man klettert und mit Seilen arbeitet, so mit das wichtigste literarische Werk, das man lesen sollte. Denn da sind sehr viele Unfälle drin geschildert, viele Fehler, die Personen gemacht haben. Das ist da eben alles gut aufgeführt und erklärt, wie es dazu gekommen ist und wie man es eben vermeiden kann. Da hat man hier wirklich enorm geballtes Wissen in diesen Büchern. Vor allem im Band 1 habe ich persönlich sehr viel gelernt und so kann man eben das Buch durchlesen und hat dann so gesehen viele Erfahrungen, die man im realen Leben nur einmal machen kann, weil man dann tot ist, sozusagen indirekt gemacht. Ich möchte einen kleinen Einblick in das Buch geben. Da sind oft Bilder drin und wirklich einfach zu verstehende Darstellungen. Dass wirklich das Erklärte sehr einfach zu verstehen ist. Hier zum Beispiel auch das Abseilen mit Selbstsicherung erklärt. Also man lernt auch was und festigt Wissen und eben vor allem Unfälle, Sachen, die Leuten passiert sind. Und so, wenn man das eben durchliest, kann man dann viel lernen. Ja, das war es auch soweit mit meiner Vorstellung zu dem Buch. Klarer Kauftipp. Ansonsten schreibt gerne unten in die Kommentare, was für ein Buch du besonders empfehlen würdest. Da können wir das ein bisschen so als Austausch machen. Können jetzt alle, die das Video anschauen, unten in die Kommentare schauen und finden auch noch weitere Buchtipps aus der Community. Ja, dann danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.